Wussten Sie, dass ca. 80% der binnenländischen Uferschwalbenpopulation ihren Lebensraum im Kies-Sand-Tagebau finden? Die Uferschwalbe ist die am stärksten gefährdete Schwalbenart in Deutschland und zählt deshalb zu den streng geschützten Arten. Als Brutstelle nutzen Uferschwalben kahle Steilwände aus leichten und mittleren Böden, die heutzutage selten geworden sind. Sie graben 50 bis 70 cm lange Brutröhren, in denen Sie Ihre Eier ablegen. In unseren Kies- und Sandgruben bieten frisch abgeschürfte Steilwände den Schwalben optimale Brutbedingungen. Wir organisieren die Sand- und Kiesgewinnung so, dass die Uferschwalben ungestört ihren Nachwuchs aufziehen können.